So und auch hier wieder bunt gemischt, beide Frauen und dann auch eine Jugendliche mit dabei, nämlich Anne Schröder auf der Bahn 4. In der Kurve könnt ihr wieder reinplatschen, ganz oben. Jetzt kommt sie bei euch vorbei. Ihr habt schon den besten Platz von oben in der Kurve, dann, wenn es über die Hindernisse geht, dann seht ihr den Wasserkram natürlich auch. Ganz hinten, Elisa Lechleitner, LHZ Ludwigsburg in ihrem ersten Frauenjahr und Elisa Lechleitner gewinnt diesen Lauf in 40, 41,03, also ganz knapp, knapp für die Seite über 41,03 inoffiziell und damit der Gesamtwert.